Der Job als Friseurin ist cool für mich, weil ich meine Kreativität entfalten kann. Das heißt, ich kann viel beraten, ich kann viel machen, von allem ein wenig, weil im Endeffekt es kann nicht schaden, wenn du auch alles durchgehst, weil du es ja im weiteren Leben dann auch brauchst in dem Beruf. Tamara spricht vielen Friseurinnen und Friseuren aus der Seele. Praxis, die für einen Job sehr wichtig ist, kam in den vergangenen 24 Monaten aber oft zu kurz. Ich war viel daheim durch die ganzen Lockdowns, habe aber dafür dann daheim eben geübt, auch dafür an meiner Familie. Ja, sonst mit der Maske halt die ganze, das Arbeiten, das ist halt schon ein bisschen anstrengend meiner Meinung nach. Es fehlt halt die Konzentration und vor allem ist es eher so unpersönlich mit der Maske, weil du siehst halt kein Lächeln mehr oder sonst was. Im WIDER Fachstudio in Wien können sich angehende Friseurinnen und Friseure auf die Lehrabschlussprüfung vorbereiten. Das New Talent Studio bietet hier eine Ausbildungsstätte an für Friseurin, Kosmetik und Fußpflege. Hier wird in einem Tages-, Abendkurs oder Intensivtraining auf die Lehrabschlussprüfung trainiert und vorbereitet mit professionellen Trainern, die auch bei den Prüfungen teilweise dabei sind, um hier auch das absolute Know-how an die Teilnehmer weiterzugeben. Ausbildung und Lehre längst hinter sich haben Silvia und Mariam in der DM-Filiale Josefstetterstraße. Ein Rückblick auf die vergangenen 24 Monate. Also ich schau auf die letzten ein, zwei Jahre zurück. Es war aufregend, Angst war natürlich auch dabei, weil man nicht gewusst hat, habe ich nachher noch eine Arbeit oder nicht. Zwecks Lockdown, wir waren zu Hause, was passiert jetzt? Das Positive daran war, dass uns die Firma wirklich gut durch die Krise durchgebracht hat. Wir haben sehr viele Seminare machen dürfen im Lockdown und eben durch die Kurzarbeit sind auch unsere Arbeitsplätze, Gott sei Dank, erhalten geblieben. Silvia ist Betriebsrätin. Sie erklärt, warum ihre Arbeit nicht nur in der Krise so wichtig ist. Also ich finde es wichtig, dass jetzt auch die Mitarbeiter, wenn sie mich anrufen, um sich trotzdem ein bisschen ausweinen oder auskotzen zu können, sage ich jetzt einmal, dass sie wissen, es gibt da noch einen Ansprechpartner, außer jetzt einen Manager, sondern auch wissen, ich stehe selbst im Studio, ich weiß von erster Hand, wie das ist mit Maske, zum Arbeiten und bin da sehr stark involviert. Werde Maskenbefreiung, wenn nicht. Und das finde ich wichtig, dass die Mitarbeiter jemanden haben, der auch an der Front vorne steht und die weiß, okay, die sitzt nicht nur im Büro, sondern die ist am Kunden und dass sie mich da anrufen können, weil ich von der gleichen Situation bin. Nicht nur Mariam freut sich darauf, dass sie endlich die Masken bei der Arbeit wieder abnehmen kann. Es ist sehr schwer mit der Maske zu arbeiten. Teilweise fällt einem die Stimme dann einfach weg, wenn man länger in der Arbeit ist und man kriegt wenig Sauerstoff, man kriegt wenig Luft und als Friseurin muss man die ganze Zeit reden mit dem Kunden, man muss sich unterhalten. Es gehört zum Job einfach dazu und wenn du die Maske trägst, dann ist das einfach ein Hindernis. Zurück im Fachstudio, wo Trainer Werner den Lehrlingen gerade Tricks für Hochsteckfrisuren beibringt. Meine Aufgabe ist hier, die Teilnehmer bestmöglich auf die Lehrabschlussprüfung vorzubereiten und mit ihnen alle möglichen Sachen zu üben, wo sie sich schwer tun oder um halt vertiefend wirklich perfekt für die Prüfung zu arbeiten. So kann bei der Prüfung ja gar nichts mehr schief gehen. Die Gewerkschaft wieder wünscht den Lehrlingen für die anstehenden Lehrabschlussprüfungen alles Gute und viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.